Hi Freunde! Willkommen zurück in Terraria mit dem Dingster-Mod. Avalon-Mod. Von dem man bisher nichts gesehen hat, außer irgendwelchen Zeug, was man gefunden hat. Keine neuen Monster und so. Ja, geschafft. Da ist wieder so ein Archi-Loch hier. Ach, ich mach das Ding einfach. Aus! So. Aus! Aus! Wieder eine Linze. Zombie! Zombie-Alarm! Tore-Zombie-Scooter-Zombie. Da war ich. Und wo bin ich doch da abgekratzt oder nicht? Ähm... Nein, da bin ich nicht abgekratzt. In der Wildste bin ich abgekratzt. Da könnte ich auch mal das Zeug da abbauen. Auch keine Lust gerade. He he! Da kommst du nicht mehr raus, du kleiner Arsch! Wurde extra so gemacht, dass du nicht mehr rauskommst. Ah, nicht wirklich, aber egal. Dann könnte ich jetzt gleich wieder das da rausholen. Dann buddeln wir gleich in das Löchli runter. Ähm, wo bin ich denn da abgekratzt? Da drüben, genau. So. Äh... Elf Silber habe ich bekommen. Na gut, mein Gold, das liegt ja immer noch irgendwo da unten rum. Vielleicht sollte ich da in der nächsten Folge auch mal runter gehen. Oder diese Folge noch, bevor ich wieder... ...bevor ich wieder... ...aus dem Spiel rausgehe. Aber gerade habe ich irgendwie voll Lust drauf zu spielen. Haha. Wieso auch immer. Ist nun mal so. Kann ich das eigentlich auch schießen? Wenn es da drin ist? 19? Äh... Keine Ahnung. Achso, 44. Wo kriegt er seinen Moni denn her? Achso, ich habe ja noch andere. Eistroch. Wieso hat er dann 44? 19 und 25 sind 44. Okay. Okay, hab's kapiert. Kopf München. Da unten gibt's auch was. Ähm. Okay. Ist genau der gleiche Weg. Ha. Gibt's nichts mehr. Aber da unten vielleicht eventuell... Ja. Scheintória zu werfen. Ja, da unten steht einer. Ach... ...doll. G бан, da unten steht... ...mal что я тебе дав nonim Technalfall... Ähm... Keine Ahnung. Egal. Ähm, was soll ich? Achso, das dann noch abreißen. So. Fockell! Dann geht's rüber. Aber erstmal drunter. Äh... Hoppala. Da gibt's eine Leuchtwurzel-Dings da. Da gibt's nur so Eisen-Dings da. Da gibt's wieder Dings da, Dings da. Ähm, da brauche ich wieder DAS Dings da. Da habe ich wieder... Ohne, da unten ist viel Wasser. Äh... 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 Ich bin reingepackt. Wie so auch immer. Verdammt! Mann! Mann! Pack ich da einfach rein! Verdammt die Scheiße! So. Mann, 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 Mann! Was für ein Dreck! Ich wollte doch nur, dass so eine Scheiße Fackel da hinsetzen! Ist da drinnen was? Ne, aber da oben. Kopf, oder? Ja. Komm, lass mir das ganze Wasser da drunter laufen. Okay. Ich schieße raus. Okay, okay, und ich sehe wieder nichts. Gibt's nichts. Da gibt's Kupfer und Kupfer. Glaub ich mal. Ja. Das ist auch Kupfer, ja. Da unten? Da ist doch irgendwas. Bestimmt nur Stein. Hm, nein. Kein Stein. Oh, wow. Was für eine große Ader. Oh, oh. Gleich sauf ich wieder ab. Oder auch nicht, haha. Die Schwimmflussen sind schon cool. Wobei ich keine Ahnung habe, ob die wirklich von dem Avalon-Mod sind oder ob es die so oder so gibt. Flüssig-kräftig. Also, gibt's die so oder so. Wenn's auf Deutsch dran steht. Shellfish-nick-lace-hastig. Gibt's wohl auch so oder so. Was habe ich denn, was nicht so oder so gibt? Keine Ahnung, gar nichts. Ja, aber steck es in den sozialen Schlitz. Haha. Und... Eine... Links da. Seile. Und da gibt's wieder Kupfer. Und eine Qualle, die Trockenübungen macht. Da gibt's nix. Da gibt's nix. Drüben gibt's nix. Da gibt's wieder sowas. Na so ein Lied, ja. Kennen wir schon. Haben wir schon genügend. Aber trotzdem werden wir wieder schön abzubauen. Heh. Geht's wahrscheinlich schneller. Schnell. Nichts wie manches anderes. Äh du Arsch, du Arsch. Du Arsch. Du Arsch. Du wirsch mich da nicht runter. Na. Da gibt's wieder das da. Da gibt's auch noch was Schönes. Okay. 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 Der Arsch ist weg. Äh. Und ich bin verschaubt gekratzt. Ach. Ach egal. Na komm. Nehmen wir's mit. Scheiß drauf. Das nehm ich aber nicht mit. Das da unten. Da noch ne Feuer hinsetzen. Obwohl ich schieße eine hin. Bam. Ja. Harold ist eingetroffen. Tunksten. Ups. Da komm ich gar nicht durch. Haha. Jetzt vielleicht. Ja. Fackel. Was gibt's da Schönes? Einen Regenschirm. Sie fallen langsamer während diese... keine Ahnung was. Granate. Kupfer. Silber. Münzen. Fackel. Nein. Torch Launcher. Ach verdammt. Ups. Verdammt. Kage. Ah. Mann. 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 Mach ich's eben so. Gut. Weg. Alles weg. Alles weg. Alles weg. Kupfer lass ich. Nichts. Da unten gab's doch gar nichts, oder? Kupfer. Ja, natürlich Kupfer. Äh. Wer hat denn da das scheiß Ding da hingebaut? Ich war's nicht. Das wüsste ich. Da gibt's noch einen Gingsklapper. Doch, da ging's drunter. Und da gibt's nix. Okay. Dann wieder hoch. Du dummes Stück. So. Lisa ist eingetroffen. Wer ist denn Lisa? Hatte ich die jemals irgendwann schon mal? Wüsste ich jetzt nicht. Da gibt's auch nix. Da drüben gibt's das da. Aber da will ich nicht hin. Oh. Howski. Ich glaube ich gehö ska hau bohnen. Da unten. Hä 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 hä. Wie ging's da eigentlich jetzt hin? Da runter! Da haben wir eh schon ein Löchlein gepuddelt. Sollte gleich ein Luftschnapploch bauen. Oh 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 oh. Könnte knapp werden. Oh. Einfach hinhängen geht besser. Fahr doch schneller. Okay. Was ist denn jetzt passiert? Hm. Keine Ahnung. Geht er hoch. Vielleicht mache ich das noch ein bisschen größer. So. Dann da rüber. Und da gibt's ne Höhle. Kleine Höhle. Das ist doch bestimmt nur Kupfer oder? Natürlich ist das nur Kupfer. Und dann kommt uns kleiner Arschi-Freund wieder. Haha. Und ich seh nix. Ne. Okay. Hat er mich nicht mal erwischt, der Arsch. Aber ich ihn. Bin ich jetzt richtig? Ja, da bin ich richtig. Da gibt's nix. Und da drüben gab's auch nix, oder? Nein. Da gibt's gold. Nein. Da gibt's was. Da gibt's was. Da gibt's was. Aber da war ich doch schon, oder? Keine Ahnung. Da drüben gibt's was. Aber ich glaub, da geh ich jetzt nicht hin. Ich geh wieder raus. Ups. Verdammt. Geh doch da hin, wo ich hin will. Oh. Jetzt macht er nicht was ich will. Jetzt macht er's. Uppala. Okay. Darüber noch. Kurz gehen. Jetzt auch noch was. Okay, da gibt's nix mehr. Oder? Nein. Jetzt nix. Upp. Was ist das wieder so ne Scheiße hier? Uuuu. Uuuu. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Pfff. So, endlich. Ähm. Jetzt muss ich nur da, noch da hochkommen. Okay. Woll ich da rüber? Ähm. Keine Ahnung. Geio! Geio! Komm her, Geio! Wullture Banner. Wullture Banner. Wullture Banner? Was ist denn das? Was bist denn du für ein Arsch? Ein toter Arsch! Das ist nochmal so ein Arsch! Eieieiei, schießt das Ding mich einfach ab! Schauen wir mal, was es da drüben noch so schönes gibt. Ich glaube, weil er so weich war, war ich eh noch nie. Bin mir gerade gar nicht sicher. Oh je, da kommen die Arschgesichter wieder. He he. Da wird es dunkel. Oh, scheiße. Hey, da ist eine Spinne. Was macht denn die Spinne da unter Wasser? Oh, Mann. Komm her, komm her, komm her. Oh je, noch mal Spinnen. Solche dummen Stücke hier. Was ist das eigentlich in dem Boden drin? Römsendblock. Ich dachte, da wären Edelsteine drin versteckt. Da unten sind sie im Loch drin. Aha. Huiuiuiui. Ich glaube, da brauche ich gar nicht erst runtergehen. Brauche jetzt mal eine Fackel hier. So. Gehen wir mal in das Maul da rein. Schauen da runter. Verröcken demnächst. Oh, verdammt. Ha, ha, Patella. Oh, so. Oh, da kommt schon wieder so ein Ding. Oder ist das... Eine Spinne. Sieht aus wie eine Spinne. Oh, da gibt's Lava. Nein, gibt's nicht. Okay. Wer te praai. Was es auch immer sein soll. Okay, wenn ich jetzt ein bisschen heller. Hm, hm, hm. Guck mal, wie ich das da abbauen kann. Nein. Ist im Hintergrund, habe ich das Gefühl. Kann ich da durchbuddeln? Bestimmt auch nicht. Nein. Schade. Ich sollte vielleicht ein paar auf Fackeln setzen. Sonst weiß ich nicht mehr, wohin. Oh, das schieße ich schon die blauen Dinger. Oh, scheiße. Uh, verdammt. Oh, Spinne, Spinne, Spinne. Todes, Spinne. Hihi. Wenn ich da rundherum fliege, bin ich tot. Komm zu Papi. Komm. Und noch eine. Wie schön. Ich glaube, da komme ich nie wieder raus, wenn ich da runtergehe. Und zählen tue ich auch nix. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, das ist gut. Das hätt zwar nix, aber war mir egal. Okay. Jetzt hätte ich was. Oh. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Ich will nicht wieder abkratzen. Hey, 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 hey. Okay. Drüben habe ich schon eine Funzel. Ein pochenes Herz. Hö, hö, hö. Sie haben mich entdeckt. Nein, nein. Geh doch da hoch. Stopp, 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 ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Huh. Dumme Stücke, dumme Stücke, dumme Stücke. Patella habe ich wiederbekommen. Was habt ihr auf Schönes für mich? Leuchtstäbe. Hoppala. Und nochmal Leuchtstäbe. Huh. Was gibt es denn da? Noch ein pochenes Herzlein. Und ein Herz. Ah, 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 ah. Aber ich muss mal raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Wie komme ich da raus? Wie komme ich da raus? Huh. Huuuuh. Eieieiei. Das war mal. Das war jetzt knapp. Eieieieiei. Ich glaube, ich warte jetzt erst mal, bevor ich weitergehe. Schade, dass man das nicht wegkriegt. Na ja, das kriegt man bestimmt irgendwie weg. Nun, ich nicht. Da gibt es noch ein pochenes Herz. Hm, 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 hm. Da komme ich nicht hoch. Außer ich baue mir so Dinger. Die können sogar unter Wasser gehen. Oh, ich bin gleich wieder tot. Ich will mich heilen können. Geht aber gerade nicht. Heiltrank hat abklingt weit. Jetzt schnell wieder hoch. So. Jetzt kann ich heilen. Hm, hm, hm. Okay. Genau, da will ich ja noch untergucken. Da gibt es auch mal Wasser. Was ich mir bestimmt. Nein, da muss ich mich nur nicht durch. BUDEL. Wieso können die Dinger unter Wasser gehen? Verdammt. Dumme Stücke, dumme Blöde. Dumme Ratten. Zackratten. Mann, und noch eine, ja, super. Haha, bist du eingesperrt, dummes Stück. Du machst mich nicht, bleibst du nicht, du nicht. Gut. Ah, Mann, Mann. Boah, du dummes, 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 kleines Stücklein. Ich hasse dich jetzt schon. Korrupt Schaut. Wieder so ein scharf Ding da. Ich komme da niemals wieder hoch. Ei, 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 was erwartet mich da? Das war doch klar, irgendwie. Komm her, komm her. Ich habe 116 Leben. Höhlenforscher-Trank. Hohl. Es lohnt sich also doch, da runter zu gehen. Okay, das war kein böses Ding. Was ist denn das? Ach so. Okay, da geht es aber nicht weiter. Aber ich komme hier auch nicht mehr raus. Also, du dummes Stück, du dummes Stück, du dummes Stück, du dummes Stück. Nein. Oder? Doch, ich komme hier raus. Aber nicht weiter. Bis hier. Mann. Oh, du Arsch. Oh, da kommt noch eine Spine. Komm her, komm her, komm her. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ein Wurm-Banner und ich bin in der Falle auch nicht. Komm her, komm her. Ei, 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 ei. Dass ich überhaupt schon immer noch lebe. Da will ich nicht runter. Da aber eventuell schon. Vor allem wegen den Scheiß-Quallen, da sind Spinnen. Nope, da ist der Arsch wieder. Nein! Nicht! Töten! Romeo ist eingetroffen. Seine Julia ist, glaube ich, schon da. Boah, 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 tot. Das war so klar, das war so klar, das war so klar. Verdammte Scheiße, und jetzt bin ich wieder in dem Loch gelandet. Was ist denn das für einer? Ach, der ist doch Romeo. So, was habt ihr? Schönes für mich, du bist die Krankenschwester. Heilen. Wieso soll ich mich heilen? Achso, ich hab's nicht verlebt, okay. Da ist der Magier, oder so. Ähm, da, Bagnet. Ein Gold, ich hab kein Gold mehr. Sparschwein, Bergmannshelm, acht Gold. Eisenamboss. Bagnet. Das war der Farmenfuzzi. Und du? Du, 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 was du habe? Ähm. Kann platziert werden. Tomeforge. Paint Spreuer. Ist das Deutsch? Nein, das ist dann wohl vom Avalon-Mod. Tomeforge. Used to craft müßliche Tombs. Automatically paint-placed objects. Äußeres Barmode-Item. Pets. Nein, Pets. Tigerskin. Krümzencloak. Äußeres Barmode-Item. Dynasty Wood. Red Dynasty-Shingles. Und Blue Dynasty-Shingles. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wieso ist denn der da unten? Der sollte da rein. Naja, egal. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier erstmal Schluss machen. Für heute. Ich werde dann aber auch noch in der nächsten Folge kurz mal Geld wieder einsammeln. Wäre schlecht, wenn nicht. Ein Gold. Hehe. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.